Natürlich kein Ticket dabei, springen auf, rennen, raus, schlag, lang hin, plötzlich über mir, ungelogen. Fünf von denen. So, ich habe mich ab in den Handschellen. Ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher. Ich meine, sieht so ein Verbrecher aus? Warst du schon mal in Paris? Ich meine, es ist immer in Paris, die Stadt der... Wir müssen morgen Holz machen. Ich kann die nächsten Tage nicht in Bad. Wieso? Mir geht es nicht gut. Was willst du denn mir sagen, dir geht es nicht gut? Hast du dich erkältet? Nein, mir geht es einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Du musst ja auch nicht, ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Weißt du, was sie hat? over light. Wasserart. Moje. Untertitelung. BR 2018